Die Spielshow schlechthin aus den 90ern soll eine Neuauflage bekommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, handelt es sich hierbei um Tutti Frutti. Die Neuauflage soll auch schon im Dezember im TV zu sehen sein. Von 1990 bis 1993 moderierte Hugo Egon Balder die Show mit vielen halbnackten Frauen. Der mittlerweile 66-Jährige wird das Remake jedoch nicht moderieren, aber in Einspielern auftauchen. Ich würde es höchstens im Bademantel machen, wie Playboy-Chef Hugh Hefner scherzte er gegenüber der Bild. Wer die Moderation letztendlich übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. Dafür wird aber seine niederländische Assistentin Monique Slyther wieder von der Partie sein. Die Spiele seien wohl neu, aber die Fruttis, also die Früchtchen, bleiben bestehen. Heute ist Slyther zwar schon 49 Jahre alt, aber optisch hat sich die Blontine kaum verändert und ist immer noch ein Augenschmaus. Und wer weiß, vielleicht ist die Rückkehr dieser Show nur ein Zeichen dafür, dass wir uns bald über andere Neuauflagen aus den 90ern freuen dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017